Und weiter geht's. Betrachten wir nun die einzelnen Phasen der Entwicklung, die das Internet genommen hat. Und hier insbesondere eigentlich nur die aus der Sicht von Steve Woodward. Was verknüpft das Internet? Nur Netze? Wie der Name suggeriert? Es hängt davon ab, welche Phase in der Entwicklung man betrachtet und welche Ressourcen in dieser Entwicklungsphase. Seitdem die Rechnernetze eine standardisierte Schnittstelle haben, nämlich TCP-IP 1974, können wir natürlich davon sprechen, dass es die Rechnernetze selbst sind, die Rechner, die die Ressourcen darstellen und die verknüpft werden. Gehen wir aber in die Inhalte, die das Web zur Verfügung stellt, die wir uns im Browser ansehen können, da sind die Ressourcen ohne Zweifel die Webseiten. Ermöglicht erst 1991 durch Tim Berners-Lee und seine Erfindung des HTML- und Hypertext-Protokolls. Und last but not least, und aus unserer heutigen Perspektive, wir Web-Ingenieure, wir Web-Developers, wir Web-Designer, müssen wir natürlich die Menschen betrachten. Warum 1971? Warum nicht früher? Menschen waren sicherlich immer involviert. Aber ein siebzigstes Jahr, das Geburtsjahr der E-Mail. Ray Tomlinson erfand die E-Mail über die Rechnernetze. Ja, da er sie erfand, musste er die erste wohl an sich selbst schreiben. Rechts sehen Sie, was in der Zeit, wo ich hier gesprochen habe, im Netz passiert ist. Wenn man die sozialen Medien allein betrachtet, lassen wir es kurz einmal laufen. So haben wir in den letzten drei Minuten fünf Millionen Likes und Facebook. Na, wenn es denn wenigstens meine wären. Jede Menge Filme abgeloadet. Android-Phones aktiviert. Tweets verschickt. Und viele, viele Dinge mehr. Wahnsinnszahlen. Deshalb mein Favorit, wenn es darum geht, die Frage zu beantworten, wie hat sich das Internet entwickelt? Dann sollte man die Entwicklungsphasen als Tief Woodward betrachten. Social Media im Internet. Und das ist dann auch gleich Ihr Leseauftrag. Verfolgen Sie die Folien bei SlideShare, die uns Tief hierfür verfasst hat. Verfolgen Sie die Folien bei SlideShare, die uns Tief Woodward betrachtet.